Gerhard Blavoll begrüßt Sie zu einer weiteren Sendung aus der Reihe mit Künstlern auf Du und Du. Hier erfahren Sie interessante Neuigkeiten, bisher noch nie erzähltes und sehr persönliches von Schauspielern, Kabarettisten, Sängern, Schriftstellern, Musikern, Malern, Bildhauern, Karikaturisten, und anderen Kulturschaffenden Österreichs, durchmischt von der Lieblingsmusik der jeweiligen Gäste. Guten Abend meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben heute bei uns ein Urgestein des österreichischen Kabarets, des österreichischen Fernsehens, des Schauspiels zu Gast, in letzter Zeit auch der Schriftstellerei Günther Tholer. Servus Günther. Günther, ich habe Dich als Urgestein beschrieben, ich hoffe, Du nimmst mir das nicht krumm, aber Du hast Deinen Lebenslauf, der ist durchaus beeindruckend. Nun ja, ich meine, ich bin jetzt 72 Jahre alt, also ich meine, da kommt schon was zusammen im Laufe der Jahre, nicht? Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich ja, in welcher Zeitspanne, wenn man 39 geboren ist, noch vor dem Zweiten Weltkrieg, dann überlebt man den ganzen Zweiten Weltkrieg, und dann ein Land, das völlig am Boden liegt, und dann erlebt man diesen wahnsinnigen Aufstieg, dass alles einem zuwächst. Wie ich jung war, haben wir keine Eiskosten gehabt, haben wir kein Auto gehabt, haben wir kein Fernseherapparat sowieso nicht gehabt, wir haben Mittelwellenradio gehabt, das war alles, und dann auf einmal kommt der erste Eiskosten, also, wie man damals gesagt hat, dann kam dazu das erste Auto, der Papa, ein VW, mit einer etwas kaputten Nockenwelle, kann ich nicht noch erinnern, mit der wir oft stecken geblieben sind dann, bei Ausfahrten, stolzen Ausfahrten, und dann einfach dieser totale Zuwachs, es ist alles immer mehr und immer mehr und immer mehr geworden, nicht? Und jetzt wird ja wieder alles immer weniger, immer weniger, immer weniger, nicht? Also, das ist dann schon ein schöner Bogen, den man da natürlich erlebt hat. Besonders in deiner Jugend hast du natürlich recht prägende Ereignisse miterlebt, du hast das ja angesprochen, der Zweite Weltkrieg, auch wenn du ein kleines Kind warst damals, du wirst das sicher mitbekommen haben, du hast ja eine Biografie über deine Mutter geschrieben, die, glaube ich, Halbjüdin war. Die, ja, ich glaube sogar noch einmal Vierteljüdin, glaube ich, also sie war jüdischer Mischling zweiten Grades, oder zweiten Grades, also der Großvater war der Jude in unserer Familie, nicht? Also ihr Großvater, bei mir schon der Urgroßvater, aber das hat genügt damals, dass sie von, also wir haben damals in Oberösterreich in Wimsbach gewohnt, das ist Bad Wimsbach-Neidharting, heißt es heute, da war sie Lehrerin seit 1933 und immerhin, also 1938 hat sie noch grandios Dank und Anerkennung bekommen und für ihre besonderen Leistungen als Lehrerin und 1939 hat sie dann vom Ortsschulrat, übrigens demselben Ortsschulrat, der ja vorher Dank und Anerkennung ausgesprochen hat, hat ja dann, als sich dann die Verhältnisse in Österreich ins Gegenteil verkehrt haben, hat ja dann einen Brief geschrieben, es ist unzumutbar, dass sie arische Kinder unterrichtet, nicht? Dasselbe Ortsschulrat, also dasselbe Vorsitzende des Ortsschulrates, also das war der Gemeindearzt dort, der ist indirekt auch schuld, dass ich in Wels auf die Welt gekommen bin, weil sich meine Mutter im 1939 Jahr nicht getraut hat, dem Naziarzt, Dr. Hemmelmeier hat er geheißen, sein Name sei verewigt, hat er dem Gemeindearzt anzuvertrauen, also sich anzuvertrauen mit der Geburt eines, es war dann nur mehr acht Juden, weil mein Vater war arisch, also allein diese Rechenaufgaben zeigen ja, wie lächerlich das alles damals war. Und den Dr. Hemmelmeier habt ihr nach 1945 dann ja in der Ortschaft weitergehabt? Nein, der ist dann sehr schnell weggekommen, der ist weggekommen, der ist dann, glaube ich, nach Pasching in Oberösterreich, ist der übersiedelt. Wir haben dann einen Neuen gekriegt, weil das war ja dann, nach dem Krieg sind ja alle die ganzen Nazi-Lehrer, nicht? Also ich meine, die alle statt meiner Mutter dann an der Schule unterrichtet haben, die waren dann plötzlich alle weg und fast alle, die Nazis waren, im Ort, oder sich als Nazis hervorgetan haben, waren dann weg. Wir haben eine neue Gemeindearzt gekriegt, auch meine Mutter musste in 1945, also 1946, sofort wieder gleich drei Klassen auf Arme unterrichten, weil es keine Lehrkräfte plötzlich gehabt haben und so. Und sieben Uhr hat sich gerade schon wieder Dank und Anerkennung gekriegt für ihre besondere Leistung. Verrückte Zeit, verrückte Zeit. Eine verrückte Zeit. Du bist ja von deiner politischen Einstellung her eindeutig sozialdemokratisch geprägt. Ich bin eindeutig rot, ja. Hat sich das damals schon so ergeben oder ist das erst später im Laufe deines Lebens entstanden? Nein, das war damals schon so. Es war, mein Vater war Bilanzbuchhalter in der Vöst, die Mama war Lehrerin. Und schon damals war es so, dass es ganz gut war, wenn man einer Farbe angehört hat. Die Mama hat zum Beispiel ihre ganze Karriere, sie ist ja dann später in Linz Volksschuldirektorin geworden, hat es gemacht über den Rodenl-Lehrerverein. Ganz einfach. Linz hat es dem Bürgermeister Dr. Korew gegeben, Ernst Korew damals, und der hat uns zum Beispiel sehr geholfen. Man hat auch schon damals ein bisschen drauf geschaut, bei welcher Partei man ist. Also es ist keine Erfindung unserer Tage, die Parteibuchwirtschaft, wenn man so will. Mein Vater war in der Vöst und mein Bruder ist fünf Jahre jünger als ich. Wir beide konnten aber studieren, und zwar hauptsächlich deshalb, weil das war damals eine seltsame Zeit. Da hat die Vöst Überschüsse erwirtschaftet und ein Teil dieser Überschüsse ist in die Belegschaft zurückgeflossen in Form von Sozialleistungen. Und dadurch haben wir Stipendien bekommen. Also mein Bruder zum Beispiel, der einschlägig für die Vöst, also der sich mit Maschinenbau und was auch so beschäftigt hat, der ist das Studium komplett finanziert worden mit der Verpflichtung, dass er dann zehn Jahre lang in der Vöst arbeitet. Er ist aber sein Leben lang in der Vöst geblieben. Also er ist vor ein paar Jahren in Pension gegangen bei der Vöst. Ich habe Germanistik und Musik studiert, ich war natürlich nicht einschlägig, was macht man in einem Eisenbetrieb mit Germanistik und Musik. Aber daher haben sie in meinem Studium nur unter Anführungszeichen 50 Prozent finanziert. Naja, aber immerhin. Nein, ich sage ja, ich meine das nur habe ich auch sofort unter Anführungszeichen gesetzt. Also man könnte jetzt sagen, dass im Prinzip, dass wir heute da sitzen, dass der Grundstein meines Lebens wurde gelegt durch soziale Errungenschaften, die damals alle von der SPÖ erkämpft wurden gegen erbitterten Widerstand der bürgerlichen Parteien. Und ich bin der Meinung, so etwas sollte einen verpflichten, auch wenn ich mit der heutigen Sozialdemokratie da und dort meine Probleme habe, wäre nicht. Das heißt aber deswegen nicht, dass ich die Sozialdemokratie an sich deshalb ablehne, sondern dass ich halt momentan mit der, ja, wie sagen die, bei der Katholischen sagt man, mit dem Bodenpersonal nicht. Lieben Gott, da habe ich kein Problem, aber mit dem Bodenpersonal, also, ja, momentan läuft es nicht ganz rund und nicht alles in meinem Sinne. Aber das heißt nicht, dass ich deswegen nicht weiter in Sozialdemokrat in der Wolle gefärbt, wie wir so schön sagen, bin. Zum Bodenpersonal zählst du vermutlich auch die aktuelle ORF-Führung? Ja, das ist eigenartig, muss ich schon sagen. Also, ich meine, ich habe halt den Eindruck, dass man bei der jetzigen Besetzung, zumindest des Generaldirektors, auf alles geschaut hat, nur nicht aufs Programm und nur nicht auf das, was hinunterkommt zum Fernseher, zum Publikum. Das ist mir diesmal eklatant aufgefallen, dass es einfach, just damit, Hauptsache es ist da. Also, die Roten haben sich geeinigt auf den Wrabetz und Hauptsache es ist da Wrabetz. Und dass dann aber der Wrabetz jetzt quasi sich darauf berufen kann, dass er mit einer breiten Mehrheit gewählt wurde, diese Mehrheit hat er sich ja auch letzten Endes geholt durch personelle Versprechungen und durch Machtunterteilungen, also, wenn der schwarze Agrar hat er wirklich mehr macht und was der Teufel was noch alles. Also, das war, wenn man es so will, ein ziemlich peinlich, mir persönlich sehr unangenehmer Kuhhandel. Ja, das ist schon, ich will jetzt nichts gegen die arabischen Länder sagen, aber da ist es ein bisschen wie am Bazar zugegangen. Den Eindruck hat man ja so als Zuseher, der nicht so dem ORF verhaftet ist, ja genauso. Ja, weißt du, Entschuldige, es ist so eine Geschichte. Ich bin 1999 beim ORF in Pension gegangen. Damals haben wir eine mittlere Reichweite von 52% gehabt. Das ist jetzt 10, 12 Jahre her und jetzt hält der ORF bei 32% mittlerer Reichweite. Allein in der Ära Wrabetz hat der ORF von 42% auf 32% heruntergearbeitet. Jetzt kann man natürlich alle möglichen Ursachen ins Treffen führen. Ich meine, die Privaten schlafen ja auch nicht und verbessern sich und weiß ich was, ist alles klar. Nur, ich bin der Meinung, dass eine der Hauptursachen schon ist, dass der ORF sich verschlechtert hat. Also er hat den ORF gehabt, den Privaten so gesehen, wenn man will, sehr entgegen. Und daher frage ich mich immer wieder, was denn der wirkliche qualitative Grund ist. Was ist der große Erfolg des Herrn Orabetz, dass man ihn mit solcher Vehemenz durchdruckt? Wie war das zu deiner Zeit? Du warst ja sehr lang aktiv, du hast ja sehr unterschiedliche Programmdirektoren und Intendanzen gehabt. Wie hast du das durchgesetzt, deine Ideen durchzubringen? Der ORF, jetzt einmal um den Vergleich mit her zu sehen, der ORF war immer ein bisschen ein Politikum. Das ist ganz klar. Der ORF ist, je mächtiger er geworden ist, ich meine, du hast der Gerd Bacher ein bisschen, in Dampfführungszeichen, schuld. Der Bacher hat aus dem ORF ein plötzlich sehr mächtiges Unternehmen gemacht. Während vor Bacher war ja noch die Aussage vom Julius Raab, der gesagt hat, so ein Blitz Kastl kauft sich eh keiner, das Fernsehen lassen wir die roden. Damit ist dann der Operettenpuffer aus Baden-Gerhard-Freund, ist dann plötzlich genauer Fernsehdirektor geworden und so. Also das war schon mal ein seltsamer Start gewesen. Und dann aber, wie man gesehen hat, dass das Ganze doch an Einfluss gewinnen beginnt, hat man doch dann Weichen gestellt. Da ist der Bacher natürlich dann reingefahren und hat eben die Medienorgel draus gemacht. Zusammenarbeit mit dem Bortisch-Bacher wird, was das Volksbegehren damals betrifft, ein bisschen überschätzt. Das Volksbegehren kam von Hugo Bortisch. Und seit damals ist natürlich dieser, man muss ja bedenken, da waren zwischendurch ehrenwerte Leute wie Oberhammer. Das war zum Beispiel eine reine parteipolitische Geschichte. Nicht da ist, da haben plötzlich die Schwarzen dann rein gedrucken wollen. Also haben sie dann den Oberhammer, der ja anständig gearbeitet hat, aber genau genommen, sagen wir mal so, er hat uns nicht behindert an der Arbeit. Dann ist der Teddybott Gorski plötzlich hineingerutscht und so weiter. Durchaus ein mannenfähiger Mann, ein fähiger Rundfunkfernsehmann und so weiter. Aber andererseits wieder, es hat eine Ära Gerhard Seiler gegeben. Ich meine, die war nicht unpolitisch, sondern da hat man wirklich einfach, einfach mangerollt, weil man gesagt hat, wir brauchen jemanden, der in der ORF gegen die Privaten aufrüstet. Weil der Seiler war Anfang der 90er Jahre, da sind die Privaten gekommen. Und der Seiler hat es wirklich geschafft, alle Betätigungsfelder des ORF so hinreißend zu belegen, wie die Privaten dann endlich loslegen durften, haben sie eigentlich zuerst einmal keinen Platz mehr gehabt. Also das war der einzige und allein das Verdienst vom Seiler. Das er natürlich aber auf der anderen Seite auch die Türen aufgemacht hat für die Boulevardisierung des ORF. Nichts? Also, dass die Privaten mit ihrem Rabaukenprogramm, mit ihrem öffentlich-rechtlich-freien Programm, plötzlich also kein Betätigungsfeld mehr gefunden haben. Also es war immer ein Politikum. Was sich für uns Programmmacher geändert hat, war in der Zeit von der Katrin Zechner, wo sie plötzlich begonnen haben, uns als Durchführungsorgane zu bezeichnen und die Ideen kaufen wir ein. Zechner hat vorher bei Ende Moll gearbeitet. Logisch, dass natürlich die nächsten Formate alle bei Ende Moll auch gekauft wurden. Ich habe meine Erfolgssendungen, die ich hatte, wer dreimal lügt, Rätsel, Box, Medien, Austria, habe ich immer alle in der Server erfunden. Darum haben sie wahrscheinlich alle so lange gehalten. Die letzten Jahre, meine letzten Jahre im ORF waren dann schon so, dass man uns Formate aufs Auge gedruckt hat und gesagt hat, das wird gemacht. Und dann hat man uns Redakteuren auch die Möglichkeit, uns etwas einfallen zu lassen, weggenommen und hat Entwicklungsabteilungen installiert. Die Entwicklungsabteilungen waren aber ganz anders vernetzt. Die haben natürlich wieder mit ausländischen Firmen zusammengearbeitet und so. Also damit ist im Prinzip das, was ich als Identität, ich meine, ich habe immer davon gelebt, dass ich identisch bin. Ich persönlich habe immer davon gelebt, dass ich so reden darf, wie ich rede und dass ich so sein darf, wie ich bin und dass ich so auch meine Sendungen so gestalten darf, wie ich will. Dann war ich authentisch und identisch. Und diese Authentizität und Identität ist natürlich dann einfach verwässert worden und ich würde sagen, bis jetzt fast verschwunden. Denn wenn man bei den jetzigen Programmen so, ja, jetzt suchen sie den Superstar oder große Chance und so weiter, wenn man jetzt versucht, wieder ein bisschen das Programm zu verösterreichern, das hilft alles nichts, das machen alles die ausländischen Sender schon viel besser und machen das alles viel gescheiter und wir jappeln halt da hinten auch. Also die Zeiten, wo wir, wo ein Kuno Knöbel sich den Spruch leisten konnte, der war ein Unterhaltungschef, wo ein Kuno Knöbel sich den Satz leisten konnte, wir haben die Ideen und die Deutschen haben das Geld und wir haben die Ideen gehabt und dann haben wir geschaut, dass wir einen Co-Partner kriegen, weil in dem Augenblick hat sich ja der Verteilungsschlüssel 70 bis 30 aufgeteilt, 70 Prozent Zeitdeutschland, nur bei 30 Prozent vier. Und das ZDF hatte da viele Kooperationen gehabt. Ja, viel, viel, ja. Damals war ihm der für das ZDF das beleidigende Satz, das damalige Unterhaltungschef Peter Gerlach hat ihn auch gar nicht gern gehört. Wir haben die Ideen, das ZDFs gehört, ist gut, aber nur so übermütig waren wir einmal und wir konnten es uns leisten, weil uns niemand wirklich hart widersprechen konnte. Es war aber auch eine Zeit, wo umheimlich viele Ideen gesprossen sind. Ich denke an den Katern und dann auch ans Tohuwabohu. Ja, ja. Also das waren ja so viele Ideen, dass man sogar als geistig Reger zu sehr Schwierigkeiten gehabt hat, die Pointen wirklich alle in der Geschwindigkeit zu verstehen. Ja, das ist... Heute macht man aus einer Pointe fünf Minuten Diskussion. Macht man ganze Folge, ja. Nein, es ist so, dass... Ja, ich meine, das, wovon du jetzt sprichst, ist die Überfülle, die wir damals hatten. Na ja, soll uns nichts Schlechteres passieren, nicht? Woraus wirst du dich zurück? Der Horabot hat eindeutig zu viele Pointen gehabt. Aber da war es schon wurscht, wenn ich nur die Hälfte mitgekriegt habe, auch das hat genügt. Also, dass ich sage, dass ich sehe, boah, das ist eine Geschichte, das ist eine gute Geschichte. Nein, worauf ich das zurückführe, ganz einfach, man hat uns lassen. Und das lässt man nicht. Also, jetzt, die, ich mache ja, ich bin ja nicht beteiligt an der ganzen... Ja, ja, die jetzt Aktiven. Aber die jetzt Aktiven natürlich, ich meine, die, ja, die, 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 die sind, die, die Formate erfüllen. Wobei, wenn jemand vom ORF das, was ich jetzt sage, hört, werden sie natürlich einem vorigern gehabt. Das will ich haben, das entwickelt, und das haben wir entwickelt, und das haben wir entwickelt, das haben wir entwickelt. Ja, nur dort, wo sie also wirklich mitten im Achten und so weiter, nicht? Also, wo sie wirklich sich hineingekniet haben und wo sie auch viel investiert haben oder dass sie den Heinzel geholt haben, ich meine, das ist ja der größte Blödsinn gewesen aller Zeiten. Da haben sie auch viel investiert, weil sie haben ein eigenes Studio, ein eigenes, was weiß ich was, Büro, einen riesen Aufwand gegeben. Also, dort, wo sie sich wirklich auch publizistisch, wo man auch gesehen hat, da haben sie böse Sendungen gemacht und da haben sie Annonsen gemacht und was weiß ich was. Das ist doch bitte eigentlich alles in Kübel gegangen. Ich meine, das kann mir keiner widerlegen. Ich glaube, das wird auch vom ORF selbst gar nicht bestritten. Nein, 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 mittlerweile, ich meine, mittlerweile sehen Sie es ja. Umso mehr wundere ich mich ja, weil diese ganzen Flops ja alle in der Ära passiert sind, wie ich jetzt mit solcher Vehemenz wiedergewählt werden musste. Also, da, ich habe mir immer gedacht, ich meine, ich mag den, ich kenne den, war Rabitz recht gut und ich habe mir eigentlich gedacht, der war ein Kerl, der ist doch jetzt ablösereif. Ich meine, in seiner Ära 10% abwirtschaften ist ja bitte, also woanders ein Grund für, dass man nicht mehr bestellt wird, sagen wir mal so. Aber momentan läuft die Politik in Österreich halt so, dass die Parteien halt um eine Art von Selbstbehauptung kämpfen, und zwar weniger bei der Bevölkerung, sondern nur untereinander. Und das ist halt, da kommt ja dann nicht immer was Gescheites raus. Am vergangenen Freitag waren wir zwei ein Trickverbot, dass sie nicht dabei waren, das ist schon, 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 schon. Du hast vorher von Selbstbehauptung gesprochen, du hast vorher von Authentizität gesprochen. Wenn man auf deine sehr interessant gestaltete Homepage drauf schaut, springt dann als erstes eine Selbstdefinition von dir entgegen. Günter Thola, und als erstes steht dort, das ist der Schwule. Ja. Wieso hast du das an die erste Stelle deiner Selbstbeschreibung gestellt? Weil es in den letzten Jahren eigentlich der größte Angriffspunkt war. Also da, wo ich halt Probleme da und dort wieder mal hatte. Nach wie vor? Nein. Eben nicht, eben nicht, weil dadurch, dass sich Leute, das ist der Schwule, ich meine, das ist so, wie soll ich sagen, man kann es ruhig sagen, so penetrant, dass sie sofort drüber hinweggehen, das wissen wir ja schon, bitte jetzt. Warum betont das so? Naja, es ist ja wunderbar provokativ, nicht? Also die Wiener Tschuschenkapelle hat es ja seinerzeit auch so genannt, um dem Ganzen die Schärfe zu nehmen. Ja, es ist eine Art Flucht nach vorne, wobei das Wort etwas zu drastisch ist. Es ist, wie soll ich sagen, einfach ein Wind aus den Segeln nehmen. Ihr könnt mich nicht beschimpfen, ich bin schwul, weil ich sage es ja selber, dass ich schwul bin. Also, wenn Sie mich beschimpfen wollen, müsst ihr euch was anderes einfallen lassen. Schwul ist gegessen. Während deiner Arbeit hast du da wirklich Probleme gekriegt? Nein. Eigentlich, das war ja das Interessante, eigentlich überhaupt nicht. Nur, dadurch, dass es keine Erfahrungswerte gab, was passiert, wenn mich wer aufplattelt oder wenn mal wer draufkommt und so. Was passiert dann? Man hat ja keine Erfahrungswerte. Und da war natürlich dann, wie damals in den 80er Jahren, ich habe ja 15 Jahre mit einem festen Pater zusammengelebt und bin auf alle Empfänge und zu allen Einladungen mit dem hingegangen. Das heißt auf gut Deutsch, die Leute haben nicht viel nachdenken müssen. Die haben sich gedacht, der kommt dauernd mit dem Norbert und das ist eh klar. Und draußen damit war es schon wieder Wind aus den Segeln, weil wir es nicht verheimlicht haben. Aber wir haben uns nicht öffentlich geküsst, sondern ich bin einfach Günther Thaler mit Begleitung und dann war ich damit, also Ende, 15 Jahre lang. Die Thaler hat auch ihr Begleitung mitgebracht. Ja, sowieso. Also, ich meine, ich sage ja, ich habe deshalb keine Schwierigkeiten gehabt, weil ich es selber selbstverständlich genommen habe. Man ist als Schwuler nichts Besonderes, obwohl manche sowas aus einem machen wollen. Die meinen, was anderes, anders kann ja auch was Besonderes sein. Also, ich habe es einfach, es war halt so. Aber, natürlich hat das dann zum Beispiel, da habe ich dann mal so, da habe ich so beim Polen, da hat mein Kind so einen kleinen Freundschaftsring geschenkt, den habe ich halt getrunken. So, ist dann geschaut, ja, Günther Thaler, also, der, weil wir sein Privatleben sagt er ja nichts, aber hat einen linken Finger, kleiner Finger, hat einen Freundschaftsring, was mag der wohl für ein süßes Geheimnis dahinter stecken und so weiter. Oder einmal, da haben Sie dann geschrieben, Günther Thaler, das Privatleben ist ja auch sehr eigenartig, sehr geheimnisvoll. Klar ist, man hat noch nie eine Frau an seiner Seite gesehen und so ist er hingegangen. Und da habe ich mir gedacht, naja, jetzt kommen die Einschläge immer näher. Irgendwann einmal, dann war die Affäre mit Rosa von Braunheim, der hat da draußen plötzlich in Deutschland die alle geoutet, worauf dann, was es hieß, der Patrick Rinden oder der Ape Kerkeling, plötzlich alle drei Wochen auf der Tauchstation gegangen sind, weil sie nicht gewusst haben, was passiert jetzt. Es ist aber de facto nichts passiert. Und das war nur dann, wie dann mein damaliger Lebenspartner in der Norbert erfahren hat, dass er HIV-positiv ist. Das war 1991. Und das war damals, klar, so ziemlich ein sicheres Todesurteil. Zumal er, sie haben da einen Belag in der Speiseröhre festgestellt. Also auf jeden Fall, er hat das nicht ausgehalten. Er ist eines Morgens dann weggegangen und ist aufs Nocht im Rahmen gekommen. Und von Mitternacht hat dann sein Bruder angerufen und hat gesagt, dass er sich vor die U-Bahn gelegt hat. Und das war dann eigentlich der Auslöser, dass ich mir gesagt habe, gut, er war HIV-positiv, ich nicht. Also er muss seinen Seitensprung gemacht haben. Gut, sei ihm verziehen. Und nur, dass überhaupt einer sich umbringt, weil meine Situation eng wird, das geht nicht. Und da bin ich da, das war dann ein Jahr lang, habe ich mir dann quasi Bedenkzeit genommen. Dann habe ich eben therapeutisch, da wurde ich von Therapeuten gebeten, es soll es niederschreiben. Da habe ich dann das Buch geschrieben, das dann als Seinmann ja eine Zeit lang, ein halbes Jahr lang, bei den Bestsellern war. Ich wäre mir lieber, hätte ich das Buch nicht schreiben müssen. Aber es war halt notwendig, weil es gab nur zwei Möglichkeiten. Entweder bringe ich mich auch um, oder ich lebe anders als bisher. So wie bisher ging es nicht weiter. Und da kam ihm dann 92 in das offentliche Going Public. Ich habe gesagt, ich bin schwul. So, was machen wir jetzt? Das war damals schon, wenn man jetzt sagt, mutig. Es war insofern mutiger, als ich auch überhaupt kein mutiger Mensch bin. Überhaupt nicht. Aber wenn man Mut definiert, die Größe des Mutes definiert, aus der Größe der Angst, die man überwindet, dann war ich sehr mutig. Ich habe mich angeh, schießen bis zum Heulreißen. An dem Tag, wo im News mit Titelblatt und so weiter die Geschichte herauskam. Es gab keine Erfahrungswerte. Aber gut, ich habe nur einen ganz engen Freundeskreis informiert. Ich wollte niemanden mitziehen. Mein Lebenspartner damals war sowieso schon weg. Also, wenn mir was passiert, dann passiert nur mir was. Wenn mich der ORF aussehaut, gut. Tja, und passiert ist eigentlich gar nichts, außer dass die Diskussion eröffnet war. Jetzt haben wir plötzlich einen Kopf, jemanden, der uns kippt und klar erklärt hat. Herr Toller, Sie wissen schon, was ich meine. Ich sage, sagen Sie, schwul aus. Sie beleidigen mich nicht. Ich bin ja schwul. Und wie lange kennen wir uns jetzt? Na, meine Fernsehsendungen seit, was weiß ich was, 30 Jahren laufen die jetzt insgesamt, sage ich, wenn Sie sagen, Sie haben sich alle meine Sendungen angeschaut. Ich war auch vor 30 Jahren schon schwul. Ich war immer schwul. Die ganze Zeit. Nur jetzt noch 30 Jahre, jetzt kennen wir uns so lange. Jetzt sage ich es Ihnen. Was ist da jetzt passiert? Bei mir gar nichts. Offensichtlich bei Ihnen. Ich sage, wissen Sie, ich komme langsam zu dem Schluss. Meine Homosexualität ist nicht mein Problem, es ist Ihr Problem. Ja, ja, das ist natürlich auch in vielen Moralvorstellungen, die man oktroyiert kriegt, die man eigentlich ziemlich unreflektiert übernimmt, ist das heute ein Teil. Eben, und diese Reflexionen zu korrigieren oder zu überdenken oder zu hinterfragen oder überhaupt bei vielen Leuten einfach zu annullieren, das hat damals das Outing schon gemacht. Aber du hast dich ja nachher dann als Jahr aktiv engagiert. Ja, naja, ich habe da bis 1999, bis 1999, bis zu meiner Pensionierung, habe ich im ORF noch schön brav stillgehalten. Der ORF hat das voll toleriert. Erstens, aber wir haben es dort eh schon alle gewusst, weil sie auch den Norbert gut erkennt haben und so weiter. Ich habe dann hier hinten herum gehört, dass der Gerhard Bacher wollte mich ausgehauen, ist aber dann von Ernst Wolfram Marbo kräftig eingebremst worden. Das sind aber auch Dinge vom Hörensagen her. Also passiert ist genau genommen gar nichts. Es wird heute ganz gern immer gesagt, weil auch 1992 im Jahr meines Outings habe ich mit in Austria aufgehört und habe dann keine Sendung mehr moderiert. Und das wurde gern später, dann die Jahre darauf, vor allem auch vom Alfons Haider und so weiter, als Beweis genommen, dass einer der schwul ist beim ORF die Sendung gekriegt. Und das hat aber bei mir in dem Fall nicht gestimmt, weil mein Ausstieg 92 wurde im März 92 festgelegt, wie der damalige Unterhaltungschef, Dr. Peter Hofbauer, mir erklärt hat, dass im nächsten Jahr Programmreform stattfindet und meine Sendung nach zwölf Jahren mit in Austria vom Hauptabendprogramm übersiedelt und das war für mich irgendwie damals, ich fühlte mich gedemütigt irgendwie. Und da habe ich dann gesagt, na dann mache ich es nicht mehr. Zwölf Jahre ist eh genug. Das hat er dann, er hat nicht sehr an mich gekämpft, muss ich sagen. Er hat das dann zur Kenntnis genommen und da hat dann, ist die Sendung im Vorabendprogramm, ist dann sanft entschlafen, hat dann die Werner Rousseau, muss rechstet gemacht. Alfons Haider hat es dann endgültig zu Grabe getragen. Also mein Outing, also mein Ausstieg aus der Sendung wurde im März beschlossen und mein Outing war im Dezember. Und zwar haben wir es sogar bewusst so gelegt, zwei Tage bevor das News mit der Botschaft am Kiosk war, war meine letzte Sendung mit in Austria. Zwei Tage vorher habe ich mich verabschiedet, weil auch meine Anwälte mir gesagt haben, pass auf, wenn du eine Sendung moderierst und plötzlich sagst du, du bist schwul, dann kann man daraus eine Unternehmensschädigung konstruieren und Unternehmensschädigung, steht in meinem Vertrag drin, ist dann eine grundfälle fristlose Entlassung. Also da waren wir schon vorsichtig, wir wussten ja nicht, was machen die da oben. Ich habe mich dann engagiert für HIV-Positive, das war das positive Leben, das ich gemacht habe, und in die Politik für Homosexuelle, ich bin erst 99, also drei Tage nach meiner Pensionierung, kam von der SPÖ, der Frau Al-Fortner, da habe ich angesprochen, ob ich nicht mitmachen will. Da habe ich mir gedacht, ja, jetzt darf ich ja, jetzt bin ich beim ORF in Pension, jetzt darf ich auch offiziell Politik machen. Und habe dann eben, also in mich in erster Linie, so stark gemacht, halt für die eingetragene Partnerschaft, nicht? Also wenn man so will, habe ich da sehr viel Lobbying, in eigener Sache betrieben, nicht? Weil es war übernächste Woche jährt, dass ich auch verpartnert bin, mit meinem jetzigen Lebenspartner. Ich kann sogar sagen, in der Zeit, in der ich politisch aktiv war, haben wir den Erfolg eingefahren, den ich eigentlich haben wollte, die eingetragene Partnerschaft, auch wenn sie da und dort noch ein paar Fehler hat. Aber das, was ich brauche mit meinem Partner, gesetzliche Absicherung von uns zwei, das habe ich. Die Adoption, ich will nicht adoptieren, das sollen sich jetzt andere drum kümmern. Also die Dinge, die jetzt noch fehlen, Fortpflanzungsmedizin, geht die Lesben was an, sollen sich drum kümmern. Ich habe das erreicht, was für meine persönliche Lebensqualität, was schwuler wichtig ist, das habe ich erreicht. Bin ich stolz drauf und genieße. Die meisten Menschen in Österreich kennen dich als Fernsehmenschen. Viele kennen dich auch als Schauspieler, aber bei den meisten bist du da eher jetzt als Fernsehmann geprägt. Du machst ja nach wie vor einiges auf der Bühne. Du hast im Gloria-Theater ab und zu was gemacht. Ja, Schauspielerei ist der einzige Beruf, den ich, also ich habe studiert Germanistik und Musik fürs Lehramt, wohlgemerkt, habe aber das Probejahr nie gemacht. Dadurch ist mein Studium nicht fertig, weil das Studium, also Mittelschulprofessor bist, erst dann, wenn du das Probejahr gemacht hast. Ich habe stattdessen Schauspielschule gemacht und das ist die einzige Schuhe, also abgesehen von der Matura, die ich fertig gemacht habe. Nur war es ja damals so, ich musste natürlich Privates machen und wenn man damals nicht vom Reinhard Seminar gekommen ist, ich habe es sehr schwer gehabt, um dazukommen, und genauso ist es mir gegangen. Wir haben dann mit ein paar Gleichgesinnten, wir haben dann Cabaret, Cabaret der Würfel hat das geheißen, eben mit Kuno Knöbel, Peter Rodinski, Miriam Dreifels und so. Ich war beim ersten Programm nicht dabei, bin erst beim zweiten, weil ich war damals Regieassistent am Volkstheater und die wollten mich auch als Schauspieler nehmen, aber es ging nicht, weil ich nur in der Schauspielschule war und weil man damals das Diplom nicht hatte, durfte einen in ein Theater ja nicht engagieren, da hat die Gewerkschaft sehr drauf geschaut. Gut, und so musste ich mich also, weil ich ja von das Leben wusste, anderweitig umschauen und bin dann über Theater der Jugend und eben Cabaret und so weiter. Und ein Würfel, das war dann sehr eigenartig, das war genau in den 60er Jahren, das war sehr eigenartig, weil das war die Zeit, wo eben das Hund vom Volksbegehren war, 1967, dann ist der Gerd Bacher gekommen und was natürlich für uns sehr interessant war, unser Chef, der Kuno Knöbel, war ja damals ein hoch angesehener Journalist, hat damals das neue Österreich noch gegeben. Eines Tages lese ich in der Zeitung, dass der Chef von unserem Cabaret und Behaltungschef geworden ist im Fernsehen. Das hast du in der Zeitung gelesen? Ja, wir haben es euch erfahren, also wir haben es in der Zeitung. Ich kann mich auch genau erinnern, im Kurier der Fernsehseiten rechts oben, nur fünf Zeilen, Neunterhaltungschef Kuno Knöbel. Das heißt, wenn mich jetzt jemand fragt, wie bist du zum Fernsehen gekommen, gibt es eigentlich nur eine Antwort durch Protektion. Weil der Knöbel hat uns dann halt so nach und nach alle geholt, nicht? Und wir waren ja sowieso schon bekannt, weil wir haben auch so begann es und eigentlich sollte ich dort Redakteur werden und ich war eigentlich ganz froh, ich habe mich auf der Bühne damals nicht mehr ganz so wohl gefühlt, irgendwie habe ich in der Krise gehabt, war ganz froh, also nicht mehr spielen zu müssen oder nicht mehr öffentlich zu sein, sondern Fernsehredakteur ist ein unglaublich interessanter Job. Ich habe dann gleich von Anfang an die Konrad-Sendung angekriegt, als Provisorium, mit dem Effekt, dass ich ihn bis zu seinem Tod begleiten durfte. Aber drei Jahre später bin ich dann schon wieder als Moderator, bin ich dann als Moderator aufgetaucht mit der dreimal Lüge damals. Und dann, naja, dann ist eben die, die Karriere begonnen, die mich halt bei den Älteren heute noch bekannt macht. Die Jungen kennen mich alle nicht mehr. Das ist klar. Weil ich habe mit mir in Austria 92 aufgehört, dann war ein bisschen Tohuwapohu, das ist bis 96, 97 gegangen, glaube ich, da war das auch vorbei und seither gibt es mehr in der Öffentlichkeit eigentlich nicht mehr. Aber du schreibst ja. Die Geschichte mit der Mutter habe ich aufgearbeitet. Dann habe ich drei Bücher geschrieben, die sich mit so einem Schwul, also mit dem Milieu, also das eine ist eben das Sein Mann, wo ich die Geschichte aufarbeitete, Tod meines Lebenspartners damals. Dann habe ich ein zweites, das ist mein Lieblingsbuch, ist eigentlich Wer hat die Karten gewischt? Das habe ich vergriffen. Gibt es nicht mehr. Allerdings nicht auf eine Internetseite, da sind die Bücher alle zu haben. Dann das dritte heißt Zwei Hölle mit mir. Ja, und so schreibe ich mich halt durch die Gegend. Jetzt arbeite ich gerade an einem Drehbuch, vor einem Filmdrehbuch und so und dann habe ich schon wieder ein paar Geschichten fertig, die mir allerdings wieder überhaupt nicht gefallen. Jetzt arbeite ich sie wieder um. Meine ganze Schreiberei hat nämlich einen fürchterlichen Nachteil. Ich schreibe so gern und das Veröffentlichen ist immer so wie Kindesweglegung, weil bei mir eigentlich etwas nie fertig ist. Also zumindest kann ich nie sagen, weil wenn ich es dann ein halbes Jahr später wieder lese, dann sage ich, da hätte ich noch und da hätte ich noch und da hätte ich noch oder das ist zu viel und ich habe schon immer schon gewusst, das sollte ich weglassen. Also, das ist genauso wie beim Theater. Ich bin immer todtraurig, wenn die Premiere ist, weil ich probe wahnsinnig gern. Wobei, ich probe, probe, und das ist das Schönste, was es gibt, dass ich an einer Rolle so zugewandelt, so nähert und einmal etwas ausprobiert und dann draufkommt, da ist das, muss man doch ein bisschen anders probieren. Herrlich, das Handwerkzeug schleifen und so. Also, das macht mir eigentlich fast mehr Spaß. Das Spiel selber ist dann, ja, jetzt fahren wir halt hin und machen das Spiel, das ist schön und das Publikum applaudiert und freut sich und so, aber genaugenommen ist eigentlich, dass die Entstehung der Sache ist mir eigentlich, ist das, was mich am meisten interessiert. Ich glaube, dass der Acker, den wir plügen, nur eine kleine Weile uns gehört. Das war eine weitere Sendung aus der Reihe mit Künstlern auf Tuntu. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat und Sie Lust bekommen haben, auch bei anderen Sendungen reinzuhören oder Sie uns einfach Ihre Eindrücke mitteilen wollen an gerhard.blaboll at aon.at Bis bald, Ihr Gerhard Blaboll estaba Georgie, mein aber measured in »Hasel«, die Eindrücke, da hat ihr den Android, um bis hin hin zu ăрем percentify, die Eindrücke pacht Cir fame, ist das, was wir auch ein Gabriel